Was wollen Sie mir denn noch sagen? Ich denke, es reicht. Glauben Sie immer noch, dass Sie sich aneinander gewöhnen werden? Hallo? 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 Ist da jemand? Bitte, machen Sie auf. Wer ist da? Aufmachen, bitte. Da muss ein Riegel sein. Bitte. Was machen Sie denn hier? Sie gehören doch nicht zur Besatzung. Keine Luft. Keine Luft drin. Es ist zum Erstecken. Wer sind Sie? Nur ein wenig, wenn ich nur ein wenig hinaus könnte. An die Luft könnte. Aber Herr Megalin, Sie wissen doch, dass wir nicht dürfen. Und Sie? Das sind ja noch welche. Eine Lidze ist hier zum Erstecken. Was tun Sie hier alle? Wir sind Auswanderer. Unsinn. Die Esperanza hat ja gar keine Passagiere. Von dem� √ Vielen Dank.